Typisch schweizerisch ein Schweizer Örgeli. Weniger typisch schweizerisch ein Bass-Saxofon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weil das eine Jugendstil-Telefonglocke ist, heisst das nächste Stück schlicht Alpaufzug-Jugendstil-Telefonglocken-Ballade. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein typisch schweizerisches Instrument ist diese russische Kontrabass-Valalaika. Zu hören ihn, an er tappen zöllerisch. Untertitelung des ZDF, 2020